Du suchst den besten 1000 Euro Gaming PC? Dann hast du ihn hier mitgefunden. Zum selber bauen oder zum fertig kaufen in großer Stückzahl verfügbar. Die Basis für diesen PC ist ein B560 Mainboard. Ich setze auf ein ASRock B560 Pro 4 ATX Board mit einer sehr guten Spannungsversorgung, dem guten ALC897 Soundchip PCI-Express 4.0 für GPU und M.2 SSD, sowie zwei 4- als auch zwei 3-Pin RGB-Anschlüssen. Aufgrund des B560 Chipsats lassen sich die Intel QI 10.000 als auch 11.000 CPUs nutzen und so setze ich auf den i5 10.400F, der aktuell super günstig ist. Sechs Kerner 12 Rats, 4 GHz auf allen Kernen. Dank des B560 Chipsats lässt sich nun auch der Arbeitsspeicher mit seinen vollen 3000 MHz nutzen. In der Summe ist der QI 5 die deutlich sinnvollere Wahl gegenüber dem Ryzen 5 3600, denn der i5 ist minimal besser und kostet einfach deutlich weniger Geld. Auf dem ASRock sitzen 16 GB G-Skill AIGIS 3000 MHz CL16, die für Gaming als auch Videoschnitt in Full HD vollkommen ausreichend sind. Wenn dein PC so aussieht und du ein kostenloses Upgrade für dein PC möchtest, dann bewirb dich jetzt bei CleanMyPC mehr dazu in der Videobeschreibung. Man könnte ja jetzt auf den Intel Boxkühler setzen oder wie ich auf einem Ben Nevis Advanced Black mit RGB. Ich tendiere mehr zum Ben Nevis, da dieser die CPU besser, leiser und mit RGB schöner kühlt. Die Beleuchtung lässt sich natürlich über das Mainboard anpassen. Dann gibt es noch eine 480 GB SSD und ein 500 Watt Netzteil von BeQuite. Letztere ist natürlich für das gesamte System mehr als ausreichend. Auf unserem Channel und unserer Website gamingguides.de findest du weitere Gaming-PCs. Für jeden Geldbeutel ist etwas dabei. Deine Anlaufstelle Nummer 1. Mehr dazu in der Videobeschreibung. Dieses Video wird von meinem Partner CDK Deals unterstützt, wo ihr Windows 10 Pro für knapp 18 Euro bekommt, aber mit dem eingeblendeten Gutscheincode könnt ihr nochmal ganze 20% sparen. Den Code findet ihr in eurem CDK Deals Account, den einfach kopieren und im Windows 10 Aktivierungsassistenten eingeben. Das war's. Mehr dazu in der Videobeschreibung. Nach langer Zeit ist es nun endlich wieder möglich, bei 1000 Euro auf eine RTX 3060 zu setzen. Diese punktet mit einer sehr guten Effizienz, 12 GB Speicher und natürlich der sehr guten Performance. Natürlich ist die Karte, wie auch alle anderen Karten, weit weg von der sogenannten UVP, aber vergiss die einfach mal. Denn wenn's dumm läuft, werden Grafikkarten im Laufe des Jahres nochmal teurer und dadurch heißt es nun sofort zuschlagen. Die gesamte Hardware wurde in einem SQ Tower 01 verbaut. Er hat ein schicker Tower mit vier RGB-Lüftern und einem echt guten Airflow. Die Beleuchtung lässt sich natürlich, wie soll's auch anders sein, über das Mainboard steuern. Der SQ Tower bzw. auch der gesamte PC ist bei meinem Partner Memory PC in hoher Stückzahl verfügbar. Ich habe mich für euch eingesetzt und bei Memory PC die Hardware blocken lassen. Extra für dieses Video. Das System kostet bei Memory PC 1099 Euro. Mit dem eingeblendeten Code sparst du nochmal 20 Euro und bekommst diesen PC somit günstiger, als wenn du ihn selber baust. Falls du diesen PC dann doch lieber selber bauen möchtest, benötigst du noch ein anderes Gehäuse, da es den sogenannten SQ Tower 01 noch nicht im Handel gibt. Meine Empfehlung, Colink Observatory Lite. Aber ich sag dir ganz ehrlich, dieser Gaming-PC bringt dir nichts ohne einen guten Monitor. Neulich habe ich den extrem guten MSI Optics G241 vorgestellt und dessen Bildqualität hat mich echt umgehauen. Einfach extrem gut. Und zudem bietet er 144 Hz und ist sogar G-Sync Compatible und das alles für unter 200 Euro. Solltest du dir nicht sicher sein, wie man einen PC selbst baut, dann schau dir unbedingt meine ausführliche Anleitung an. Auch die verlinke ich, wie auch das Angebot zum PC, in der Videobeschreibung. Ansonsten kannst du diesen PC nach deinen Bedürfnissen oder Wünschen anpassen, wie zum Beispiel eine andere Farbe oder eine Kompaktwasserkühlung. Alles kein Problem. Gesleevede Kabel passen auch hier ohne Probleme rein, weil das Case bietet richtig viel Platz für Kabelmanagement. Und falls irgendwann der Punkt kommt, dass du sagst, naja, die CPU wird ein bisschen schwach für das, was ich mache, dann kannst du natürlich auch ohne Probleme auf, beispielsweise eine KI 11.000 CPU aufrüsten. In 3D Mark Firestrike gibt es über 18.800 Punkte und in Timespy über 8.600 Punkte. In beiden Fällen ein Top-Ergebnis. In Rainbow Six Siege bei Full HD und dem Preset sehr hoch, gibt es im Schnitt 270 FPS, teilweise sogar 300 FPS und damit läuft Six Siege einfach bombastisch gut. Selbst das anspruchsvolle Assassin's Creed Valhalla in Full HD und dem Preset hoch läuft einfach bestens. So gibt es im Schnitt 70 FPS und das ist auf jeden Fall sehr lobenswert. COD Warzone in Full HD und hohen Einstellungen mit aktivem DLSS. Hier gibt es im Schnitt 135 FPS. Sofern du die ein oder andere Option verringerst, sind dann auch die 144 FPS drin, wodurch das Ganze wiederum mit dem MSI Optics zusammen eine richtig geile Kombination darstellt. Wechseln wir zu Apex. Apex bei Full HD und hohen Einstellungen zeigt sich, dass Apex mit 150 FPS im Schnitt super gut läuft und damit ist auch dieses Spiel kein Problem für diesen PC. Borderlands 3 bei Full HD und hohen Einstellungen läuft ebenso easy cheesy mit 120 FPS. Fortnite bei Full HD und dem Preset hoch ohne Schatten läuft dank der Nvidia GPU mit aktivierten DLSS sehr gut, bei 240 FPS im Durchschnitt. In der Summe ist die Leistung auf jeden Fall richtig gut und es gibt definitiv keine bessere PC-Konfiguration für 1000 Euro. Die RTX 3060 ist eine super Karte, doch möglicherweise kann uns AMD in Kürze eine Alternative bieten. Aber naja, selbst wenn sie gut sein sollte, bleibt immer noch das Thema Verfügbarkeit und das haben wir dieses Jahr mehrfach gesehen. Das ist zum Launch einer neuen Karte hin eigentlich mehr oder weniger ein Witz. Natürlich, und das ist mir aufgefallen, heute habe ich relativ viel gesagt, findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Aber es ist normal, weil die Fragen häufen sich halt einfach in letzter Zeit zum Beispiel, wie baut man einen PC, welchen Monitor kannst du passend zum PC empfehlen und vor allen Dingen auch, gibt es irgendwelche günstigen PCs, die du empfehlen kannst, anstelle von diesen 1000 Euro PC, weil das kann ich mir nicht leisten. Danke für deine Zeit, vergiss nicht den Channel zu abonnieren und dann bis neulich ganz genau. Ciao. Ciao. Ciao.